Hi Leute und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Arodons Welt. Heute werde ich mich mal an einem kleinen Unboxing-Video, beziehungsweise in dem Fall ist es ja kein Unboxing, weil es sich hier um Brief-Postbestellungen von Cardmarket handelt, also ein Auspack-Video versuchen. Und ich wollte einfach mal euch kleines Feedback geben, was ich so bestellt habe und was ich so zu den einzelnen Bestellungen sagen kann. Ja, häufig gibt es ja irgendwie kleine Diskrepanzen mit der Verpackung. Irgendjemand klebt den Tesastreifen auf die Karte rauf, oben guckt die aus der Hülle und der Tesastreifen ist auf der Karte oder beim Verpacken ist irgendwie an der Ecke, beim in die Hülle schieben ein kleiner Kratzer entstanden oder was weiß ich. Und das wollte ich einfach mal mit euch gemeinsam machen. Mal gucken, was ihr dann so zu dem Video sagt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin mal selber gespannt. Ich habe also jetzt keine Ahnung mehr, was in den Briefen drin ist, was mich jetzt hier erwartet. Ich habe also letzte Woche recht viel bestellt und bin, wie gesagt, sehr gespannt. Jetzt ist einiges angekommen von den Bestellungen, leider noch nicht ganz alles. Aber die ersten drei Briefe werde ich jetzt mit euch gemeinsam aufmachen. Und dann gucken wir mal, was sich da so Schönes drin verbirgt. Los geht's mit dem ersten Brief. Ist also, ich weiß nicht, ihr könnt es wahrscheinlich sehen, recht unscheinbar. Es fühlt sich so an, als ob die Karten selber irgendwie mit einem Stück Pappe geschützt wären. Der Brief an sich, da wurde aber, würde ich jetzt mal behaupten, kein extra Briefpapier innen noch mal verwendet. Irgendwie einfach ein leeres DIN A4 Blatt, was man noch mit rein tut, um den Brief selber ein bisschen vom Knicken zu bewahren. Und dann mache ich eigentlich immer, wenn ich Karten verschicke. Ich weiß, es ist nicht unbedingt notwendig, wenn man die Karten selber verschickt. Aber ich finde es einfach besser aus, wenn der Brief gerade ankommt und nicht halt wie dieser hier so sehr geknickt ist. Also, ich nehme mir jetzt hier die Schere und schneide ihn ganz vorsichtig hier oben auf. So, und dann gucken wir mal, was sich hier drin verbindet, was sich hier drin verbirgt. Also, wie ich es schon vermutet habe, im Umschlag selbst kein weiteres Papier, sondern nur die Karten im Umschlag fixiert. Das finde ich gut, denn so sind die Karten vor den Stempelmaschinen geschützt, auch wenn hier dieser Stempel schon ziemlich knapp dran ist, wie man sehen kann. Allerdings liegt hier keine Beschädigung vor, da es mit dicker Pappe eingepackt wurde. Also, bisher kann ich sagen, an den Verkäufer nur ein Lob an die Verpackung. Und ihr merkt auch schon, es ist gut geklebt. Muss ich hier mit der Schere dran gehen. So. Also, das Ganze hier auf die Pappe raufgeklebt. Also, auch doch entgegen meiner Annahme nur von einer Seite geschützt. Jedoch liegt die offene Seite auf der Rückseite vom Brief. Also, da kommen ja, soweit ich weiß, eigentlich nie Stempel rauf. Kann man also nichts gegen sagen. So, tun wir das mal hier zur Seite und machen mal den Teser ab. So, mal gucken, was sich hier drunter befindet. Aber ich hätte auch mal eine kleinere Schere nehmen können. Ich bin auch ein Experte. Na gut, dann benutzen wir die Schere jetzt als Cutter. Also, was haben wir denn hier Schönes? Ich sehe schon unter dem Top da, ich glaube, da glänzt irgendwas. Hören wir mal die Karten hier vorsichtig raus. So, okay. An diese Bestellung kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Gut, hier noch zwei Tokens als Stempelschutz. Mache ich auch häufig. Tokens oder Basic Länder oder so. Okay, das finde ich sehr gut. Die Karte hier in einer Perfect Size Sleeve drin. Leider falschrum eingesleeved. Die Öffnung oben schützt leider, wenn man dann die Karte selber nochmal in eine richtige Hülle reinmacht. Wisst ihr ja bestimmt, so kann man es zwar leicht reinmachen, jedoch wenn jetzt beide Öffnungen oben sind, wenn die Karte auf dem Tisch liegt und irgendwas ausläuft, ist es nicht vor der Feuchtigkeit geschützt. Deswegen mein Tipp, falls ihr es noch nicht so macht bisher, immer die Karten doppelt schützen. Das heißt, die Öffnungen gegeneinander versetzen. So. Und so habt ihr einen optimalen Schutz für eure Karten, wenn ihr also beide Öffnungen gegeneinander gesetzt von den Hüllen legt. Ja, okay. Dann gucken wir uns die Karte nochmal an. Ja. Three Wishes. Endlich mal wieder. Entschuldigung. Three Visits. Das erste Reprint. In Deutsch. Das Artwork. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde das alte Artwork cooler. Aber ich freue mich auf jeden Fall mega, dass es endlich mal ein Reprint gibt. Und musste mir die Karte natürlich sofort in Deutsch noch als Fäul bestellen. Mega happy, dass sie jetzt endlich angekommen ist. Was ist das? Da ist hier ein Kratzer drauf. Ich glaube, das gehört zum Artwork. Also die Karte sieht sehr, sehr gut aus. Ich kann keine Spuren, keine Kratzer erkennen. Wunderbar. Also wieder in die Hülle rein. Und dann dem Verkäufer gleich eine positive Bewertung da lassen. Okay. Weiter geht's mit der nächsten Bestellung. Hier. Ganz cool. Also Custom Briefumschläge. Süß gemacht. Hier mit dem kleinen Drachen, der in den Magic-Karten badet. Also der Briefumschlag selber fühlt sich auch schon im Vergleich zu dem anderen sehr viel wertiger an. Und es ist jetzt für mich schwer zu sagen, ob hier in dem Briefumschlag selber nochmal Briefpapier irgendwie verwendet wurde. Wäre aber vielleicht auch gar nicht nötig, da der Briefumschlag selber wahrscheinlich schon etwas dicker ist als ein Standard-Briefumschlag, den ihr bei der Post kaufen könnt. Weil, was ich hier sagen kann, die Karten, ich weiß nicht, ob die jetzt im Umschlag selber fixiert sind, könnte sein. Jedenfalls sind sie beim Transport irgendwie auf die rechte Seite hier rüber gerutscht und sind gefährlich nah in die Region der Stempel geraten. Ich hoffe, da ist alles in Ordnung geblieben. Hier oben fühlt sich alles gut an, deswegen werde ich jetzt mal mit der Schere hier meinen Schnitt setzen. Und das Ganze rausholen. Also hier seht, hier wurde nochmal was verwendet, um das innen drin zu fixieren. Und hier, das habe ich auch schon mal häufiger gesehen, wurden mehrere Höhlen ineinander gesteckt, um also auch zu verhindern, dass die Karten dann lose im Umschlag rumfliegen. Ja, ich kann es auch hier ziemlich leicht rausholen. Also hier wieder zwei, ich sag mal, Bulk-Crab-Karten irgendwie als Stempelschutz. Tun wir mal zur Seite. Und hier die bestellte Karte. Hüter des Einklangs, auf Deutsch in Foil. Sehen beide ziemlich gut aus. Auf den ersten Blick kann ich jetzt hier keine Schäden, keine Kratzer oder sowas erkennen. Die Rückseiten sehen auch sehr gut aus. Und hier muss ich sagen, wurde leider am falschen Ende gespart. Ich freue mich immer, wenn die Verkäufer bei den Foils Perfect Sizes benutzen, einfach um halt irgendwie Kratzer schon von vorne rein irgendwie auszuschließen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob euch das egal ist, ob ihr da Wert drauf legt. Ich lege da eigentlich Wert drauf. Ich freue mich, wenn die in Perfect Sizes kommen. Ja, so eine Packung ist jetzt auch nicht teuer. Und gerade wenn man irgendwie ein größerer Händler ist, ja, mein Gott, dann kann man dich sogar noch von der Steuer absetzen. Ich finde, das ist es wert, um dem Käufer irgendwie ein positiveres Gefühl zu geben. Ja, natürlich ist es trotzdem gut, dass die Karten jetzt unbeschädigt angekommen sind. Ich gebe deswegen auch keine schlechtere Bewertung. Das fände ich ja, das wäre ein bisschen unfair. Man kriegt natürlich trotzdem eine positive Bewertung hier der Verkäufer. Aber es ist einfach irgendwie so ein Gefühl. Ich finde, das ist einfach ein guter Ton, Foils in Perfect Sizes zu verschicken. Könnt ihr ja mal einen Kommentar da lassen, was ihr dazu sagt. Wie geht ihr damit um? Habt ihr überhaupt Perfect Sizes? Benutzt ihr die? Seid ihr dazu geizig? Ist es euch egal? Ja, was seid ihr dazu? Würde mich mal interessieren, ob es nur mir so geht oder ob noch andere das auch so sehen. So, und dann der nächste Brief. Hier auch, muss ich sagen, das war ein Einschreiben. Und hier merke ich auch im Brief wieder ein Pappkarton. Also sehr gut, Stempelschutz. Karte ist nicht verrutscht. Ja, ich fühle die Karte, glaube ich, ist hier irgendwie in diesem Bereich, fühle ich hier auf dem Karton eine Erhöhung. Und das ist jetzt genau an der Stelle leider, wo der Stempel raufgekommen ist. Muss ich mal schauen gleich, ob das irgendwie auf die Karte sich übertragen hat. Also ich weiß nicht, was sich manche Verkäufer dabei denken. Ja, man weiß doch, wie die Post mit den Briefen umgeht. Wieso man die Karte nicht einfach im Brief selber dann auf die linke Seite fixiert, damit die einfach nicht gestempelt werden können, schon von vorne rein. Also das ist ja nun wirklich kein großer Akt. Sollte eigentlich jedem Verkäufer irgendwie bewusst sein. Naja, sowas macht mich immer ein bisschen traurig, muss ich gestehen, wenn da auf sowas nicht geachtet wird. Wenn die Karten dann heil ankommen, ist es natürlich, wie gesagt, egal. Und das macht dann auch in der Bewertung bei mir keinen Unterschied. Aber ja, so ähnlich wie mit den Voils, vielleicht bin ich da auch ein bisschen pingelig, weil ich schon häufig auch schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und auch hier muss ich jetzt sagen, man hätte die Pappe einfach umdrehen können, um die Karten nach hinten zu legen. Und dann wären sie noch mehr vom Stempel irgendwie geschützt gewesen. Ja, und so wie ich es jetzt hier gefühlt habe, war es tatsächlich so. Ja, die eine Ecke war hier genau, genau hier waren die Karten. Ja, ich hole die mal jetzt gleich raus und gucke mal, was da Sache ist. Hoffen wir mal nur, dass jetzt in der Hülle selber nochmal irgendwie auf der Rückseite ein Stempelschutz drin war. Und hier, das finde ich sehr gut, ja, oben zugeklebt, dass die Karte nicht rausfliegen kann. Und auch so geklebt mit Papier dazwischen, dass kein Tesafilm direkt an die Karte gekommen ist. Also auch hier danke, dass ihr darauf geachtet habt, lieber Verkäufer. Machen wir es mal auf. So. Und was fällt mir als erstes auf? Keine Perfect Size, kein weiterer Stempelschutz. Bei so einer teuren Karte kann man, glaube ich, mal das Geld schon irgendwie investieren und da eine Perfect Size reinpacken. Kostet jetzt nicht die Welt. Liebe Verkäufer, wenn ihr euch das Video anguckt oder wenn ihr irgendwie davon hört, macht es doch einfach. Das ist eine nette Geste. Ja, also ich verstehe nicht, wieso wird an sowas gespart. Finde ich einfach traurig. Vielleicht liegt es auch nur an mir, weil ich sehe, hier ist in der Hülle selbst noch irgendwie was. Ja, aber dann... Also steckt es doch wenigstens richtig rum und ich glaube, es ist eine Perfect Size, aber auch wieder falsch rumgesteckt. Traurig. Also, wie gesagt, es wird der guten Bewertung keinen Abbruch tun, ja, weil die Karte ist heil und sicher angekommen. Gucken wir mal auf die Rückseite. Sieht man hier irgendwas von dem Stempel? Ja, zum Glück nicht. Also auch hier nochmal alles glatt gegangen. Aber, also, schade. Ich finde es einfach schade. Achtet doch vielleicht drauf. Nehmt euch die Zeit, ja. Macht's richtig. Macht's nicht so, wie ich's gerade gemacht hab. Sondern macht's richtig. Und dann ist die Karte auch wirklich gut geschützt in der Hülle. so. So ist es richtig und dann hätte ich auch beim Rausmerken, beim Rausfüllen gleich gemerkt, aha, hier ist eine Perfect Size dran. Super. Aber so war ich im ersten Moment doch ein bisschen enttäuscht und und ich hab's ja gemerkt, ich hab's ja gemerkt, aber trotzdem. So. So. Das sind sie. Die vier Karten aus den drei Bestellungen. Ich freue mich, dass sie endlich angekommen sind. Ich werd jetzt gleich die beiden Folls hier noch in Perfect Size Hüllen reinstecken. So Leute, das war's auch jetzt mit dem Video schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was sagt ihr zu meiner Meinung? Wie behandelt ihr Bestellungen? Was macht ihr mit den Karten, die irgendwie ohne Perfect Sizes ankommen, gerade wenn's voll sind oder auf eure Karten? Sagt ihr da dem Verkäufer was zu? Gebt ihr eine schlechtere Bewertung? Ist es euch egal? Ja, sowas soll's ja auch geben. Ich, wie gesagt, freue mich immer, wenn Perfect Sizes verwendet werden. Ich seh's einfach als nette Geste, die man so untereinander in der Magic Community dem anderen irgendwie schon mal erbringen sollte. Deswegen freue ich mich halt immer besonders, wenn auf sowas geachtet wird. Ja, wenn die Karten natürlich auch ohne Perfect Size ankommen und gut ankommen und da nichts irgendwie jetzt dran ist, wie gesagt, es macht der guten Bewertung nichts Schlechtes. Ja, also ich bin da fair und gebe immer gute Bewertungen, wenn es berechtigt ist und wenn die Karten hell ankommen, dann gibt's natürlich auch gute Bewertungen. Aber wenn dann irgendwie wegen sowas irgendwie dann doch in der normalen Hülle, dann irgendwie, wenn da ein kleiner Krümel drin ist und dann keine Perfect Size benutzt wurde und dann schiebt man die Karte in die Hülle oder holt sie raus und dadurch entsteht ein Kratzer. Gerade bei einer Feuer sieht man die ja doch immer ziemlich schnell. Das ist einfach schade und sowas lässt sich halt, wie gesagt, mit diesem Perfect Sizes verhindern. Deswegen mein Appell an alle, die Karten verkaufen, benutzt Perfect Sizes. Das ist eine gute Sache und alle, die Karten dann von euch kaufen und die bekommen, werden sich sehr darüber freuen und ihr werdet merken, ihr werdet nur noch positive Bewertungen erhalten. Ja, deswegen mein Pro-Tipp an alle, benutzt Perfect Sizes. Egal von welcher Marke es ist, Hauptsache ihr benutzt welche. Ihr werdet sehen, das macht einen Unterschied, auch wenn es nur ein kleiner ist. Ja, das war's jetzt auch für heute erstmal. Leute, danke fürs Einschalten. Ich werde mal gucken, wenn das Video jetzt gut ankommt, dann werde ich das vielleicht in Zukunft bei allen meinen Bestellungen machen, die ankommen, dass ich ein kleines, ich sag mal jetzt Unboxing, also ein kleines Auspackvideo dazu machen werde und freue mich über euer Feedback, über eure Kommentare. Liked das Video, folgt mir und guckt mal bei Instagram rein, da bin ich jetzt auch zu finden. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Avedon. Bis zum nächsten Mal.